Hey Klickshund, hey Sonja. Meine Frage an dich ist, hattest du schon mal was mit Elton? Ist das geil. Weißt du warum es so großartig ist? Also ich muss mir echt mal Gedanken machen, wie ich mit Elton umgehe, weil ich war gestern bei Hiab 4 beim MDR und da hat ein Anrufer genau dieselbe Frage gestellt. Aha. Mann, Mann, Mann. Erwischt. Nein, ich hatte noch nie was mit Elton. Elton ist verheiratet, hat zwei Kinder und wir verstehen uns so, weil Elton ist ein dufter Typ. Er ist ein Riesenkumpel, hat nur Blödsinn im Kopf, ist wie so ein erwachsenes Kind und macht aus seiner Seele auch nie eine Mördergrube. Ich liebe ihn. Er ist eine Knutschkugel und nur weil wir uns die ganze Zeit schmusen und bussen, heißt das nicht, dass wir dann nach der Sendung miteinander in die Kiste steigen. Nein, wir sind einfach obergute Kumpels und können uns in diesem Reifischbecken der Medienwelt aufeinander verlassen und das ist toll.